Musik 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 So Leute Da sind wir auch wieder bei Let's Play Let's Retro Flug der Karibik Und wir haben ja in der letzten Folge ein bisschen Kacke gebaut Wir haben keinen Kacke gebaut Wir sind sehr weit in der Story vorangekommen Na ja Wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt guckt sie euch besser nicht an Nein, wir werdet nichts machen Stimmt, das war eine komplette Folge Allerdings haben wir ein bisschen Piratenquatsch Allerdings Allerdings Diesmal sind wir wieder frisch dabei Und wir versuchen uns heute ein Schiff zu ändern Wenn wir den Endenden zu scheppern dann kriegen wir dafür Geld Warte auf Krieger Aber wir werden das Endenden die Sachen stillen und damit werden wir mit einem Geld und dann werden wir einen neuen Objektiv holen Oder so, genau Mixman kennst du mir das auch Oh, das ist so schön Wir sind halt Danke Danke Und halt mal Ja So Ey, das sind sehr schön Spächer Ne, bitte Es ist zu klein Aber bitte bitte etwas Ja, das muss ich nicht Weil ich glaube, dass wir nicht stark genug machen können Äh Von Äh Wie gesagt Wie gesagt wir spielen das mehr Also wir haben das schon mal zu machen Das war Sonst kann ich mir so etwas kleinliches zu ändern Ja 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 Hast du eigentlich schon mal diesen äh Schuss Hm, ja Kann ich noch besser machen wenn wir nicht so in Trouble sind Genau Da sieht man auch Ja, das kleine das ist oder so oder das ist wo die Sonne nicht ganz besetzt Ich denke das Das ist Das ist Achtung Wenn wir jetzt den russischen Verweis hier lenken Das ist volle Breitseite Breitseite Feuer Shit, 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 das ist auch nicht gut Wenn jetzt wurde Na Das war Das war ein ganz schön breitische Treffer Aber ich glaube jetzt kommen wir gleich endlich Oder? Ja, ich glaube Hä, wieso geht das nicht? Verdammt, man läuft zu schnell Ja, ich glaube auch Aber das große Schiff brennt schon Ja, okay Und wir sind gleich hier Ne Ich bin so schnell Das ist aber wirklich weil wir mitfallen Ja, ich glaube wir müssen da abkommen und springen wir wieder noch Ja, das ist nicht mehr Warte Ja, da Warum kriegen wir was denn nicht hin? Wieso da sind wir erstmal so ne Failern Ja, das ist nicht mehr Ich mach mir gut in den Es ist nicht mehr Aber wir suchen nicht dann denk mal andere Schiffblecken Ja, wir haben so ein Schiff reparieren lassen, weil es ziemlich schott ist Ja, wieviel Geld haben wir momentan? Irgendwie Ich hatte gesehen irgendwas mal 4000 Kann das sein? Ja Wieviel ist denn der Sumo für euch? Äh, 4400 Es ist nicht viel Es ist nicht viel Okay, gut Jetzt meinst du wieviel brauchen wir denn unser Schiff zu reparieren? Aber ich denk mal wir sind gleich aus der Reichweite Und dann Dann Oh ja, stimmt Und dann Und dann Und dann Und dann Ja, gut Mal guck mal Selbst in Holland Werden wir keinen feineren Laden finden Ich habe Hans doch gesagt, er soll diese Strohwafels nicht essen Da hinten hat er doch auch so eine langen Waffen da stehen Keine Einrichtungen Haben wir noch irgendwas an? Ja 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 Wie blau Ich glaube, die Bomben sind eh dem Essen Segeltuch verbruchten Wie hab ich denn davon? Ja 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 Ich habe Hans doch gesagt, er soll diese Strohwafels nicht essen Ich habe vier trinken Ich habe hier auch keine Dachpsychie Ich habe hier auch keine Dachpsychie Schelle Reise Ja Ja Alles klar Dann Müsst du mal gucken, ob es für kleine oder schnellere Schiffe gibt Vergesst nicht mehr, Freund Der Holland ist ein Schoner Ist das beste Schiff überhaupt Lager Lager Oder Lager 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 So Die kostet 20.000 Hier Mit der Geschwindigkeit von rechts Liesst aber mit, das schnellste Schiff von der Korvetten Kostet Darum ist die denn Rindring Ich weiß nicht Müsst du die Rindring Müsst du die Rindring Ja Kostet so 3000 Euro Oh, what the fuck XD Und wir brauchen Geld für die Crew, reparier mal überall die Rechte oder so. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir irgendwer in Geld kommen. Dann machen wir es mal. Können wir nicht irgendwie versuchen, die Story weiter zu machen? Ja, wie wollen wir denn vor Green Fort einnehmen? Ohne dass wir... Haben wir nicht schon etwas anderes? Ja, und schwer erkunden. Weil davor drei phantikische Plattschiffe sind. Und wer ist versenkt? Ja. Und die sind so schwer... Ich hätte das noch probiert mit... Hier kann ich einbrechen. Ja, sie sind mal wieder der Looter-Team. Wir sind... Wir sind so richtig fertig zu bedenken, wie Schlachtschiffe das... Wir müssen irgendwie... 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 Ich weiß nicht, wie ich... Oder wir müssen irgendwie... Ja, ich hab keine Ahnung, was alleine ist. Keine Ahnung. Ach ne, da hilft jetzt. Ja, aber... Eigentlich noch mehr. Äh... Oder schön. Äh... Schlecken schwer. Nö, ich weiß nicht. Hier fand ich jetzt mal los. Und dann... Und dann gucken wir, wie viel hast du hin und so. Und dann kriegen wir die Karte. Okay. Nochmal. Auf, auf die Karte. Und dann... Ab. Spanisch. Ja. Spanisch. Ah, klasse. Und ein Sturm rein. Juhu. Ja. 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 Ich lasse es noch nicht aufstehen. Es bleibt stehen, ok? Ok. Nein, stimmt. Wir müssen drehen, allerdings ist es ein bisschen behäbig. Wir treiben ja auch ein paar Leute in den Segel. Auch nicht aufstehen. Ja, denke ich auch. Ich stecke mit ihm an. Ich habe vor allem Angst vor uns. Zeig. So werden es mit zwei Menschen an Eingruder treffen. Das ist ja schon mal eine. Wir sind gerade bei dir. Wir werden nicht so viel erraten werden. Wobei wir auch ein bisschen aktivieren. Und jetzt. Nein. Ja, genau. Das sind glaube ich erstmal nicht ganz gute Taktik. Ist zwar ein bisschen. Bisschen Noob, aber. Wir trennen natürlich. Wir müssen wieder laufen. Ja, genau. Das sind die allerbesten Pro-Gainer und Shooter-Kings. Das sind die allerbesten Pro-Gainer. Und das ist ja so. Ich glaube, dass diese Felden nicht schade. Oder auch mal hingenommen. Das glaube ich. Ich meine natürlich geändert. Oh Gott. Das ist wieder so. Weil er einfach keine Lust mehr auf uns hat. Ohhhh. Piraten-Fail. Kannst du nicht versuchen die Kettengeschosse zu laden? Ja. Damit wie ihn ... Okay. Ich hab ihn schon ein bisschen geladen. Ich hab ihn schon ein bisschen geladen. Jetzt, 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 jetzt. Ja, ich bin schon ein bisschen geladen. Jetzt, jetzt, jetzt. Der saß. Ich hab ihn nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr. Ich hab ihn nicht mehr. So, jetzt. Jetzt, enter. Auf geht's, Leute. Da müssen wir sogar die Überwärts fallen. Wunderbar, klasse. Okay, pass auf. Die Hälfte ist geklackt. Da müsst ihr es gleich noch. Nein, wir haben alle besiegt. Mehr Leute waren da nicht drauf. Nein. Ah, perfekt, klasse. Jetzt müssen wir es noch durchluchen. Und dann müssen wir gucken, ob wir das, ähm, für... Okay. Güther. Güther. Die Woche war ich erstmal die Kugeln. Jep. Leinen haben die an Bord. Ah, das ist gut. Und auch Rum. Rum ist gut. Ja. Und Obst. Okay. Und Seide. War Seide, ist richtig wertvoll, glaub ich. Oder? War das nicht so? Ja. Und ansonsten, glaub ich, nichts mehr. Weinen, Tabak, Mahaguni. Aber, wir können immerhin der Munition, ähm, mit dem noch. Ja. Ja. Und, äh, haben die noch ein paar Leute, die wir, äh, von der Crew? Ähm, Problem ist. Ja. Äh, deren Schiff hat 426 von 500 Leben übrig im Rumpf. Ja. Aber nur noch 37 von 100 bei Segel. Ja. Wir haben es ja 108 von 500 beim Rumpf. Äh, 54 bei Segel. Achso, ja, stimmt. Das sehe ich auch. Äh, okay. Also, du meinst praktisch, wir sollten lieber das andere Schiff nehmen. Weil Säge reparieren ist beliege. Alles klar, gut. Dann tauschen wir alles. Und dann... Ja, ist alles bei uns denn? Alles bei uns. Ah, perfekt. Und dann haben wir auch zwei Leute, die wir mitnehmen können. Alles klar, die schnappen wir uns. Und die sind dann auch gestiegen. Ah. Ah. Das ist jetzt versenkt worden. Aber es ist nicht angst, wir haben es eigentlich in diese Gruppe. Die Victory hat uns immer treu gefühlt. War ein wunderbares Schiff. Aber... Aber, naja... Ist der Zweck. Meinst du, wir sollten vielleicht sogar auf Nahkampf scannen? Wäre ich glaube ich sogar dafür... Ich wäre glaube ich sogar dafür, dass wir zweimal auf Nahkampf scannen. Und dann vielleicht noch einmal aufhören. Ne? Achso. Okay, gut. Und jetzt ganz schnell zu irgendeinem Nahkampf fahren. Du weh. Würde ich sogar wieder anlaufen. Ich glaube wir haben gerade unser... Geld ist halt für oder nichts. Ja? Ja. Ja. Okay, wie gesagt. Wir können doch in der 60 nach 30. Oh, hör mal. Und unser Schiff. Oh Gott, wir können die umbenennen. Ah, umbenennen? Ja, das machen wir denke ich mal der nächste. Dann geben wir wieder ein. Was an den Piraten ist. Rosenheim. Okay. Laden. Gingen wir erstmal in den Laden. Okay, Adenko, schauen wir mal an. Was das hier passiert. Selbst in Holland werdet ihr keine feinere Laden finden. Ja, ihr habt ja was. Aber wie schön das für mich hat. So cool. Okay. Schon später dann dieses Thema so ein bisschen. Oh, zackle. Also nicht. Und so komische... Ja, ihr fremd. Was ich gar nicht für euch tun. Ladung. Wir haben auf jeden Fall ein paar Kanonen. Kugeln. Kugeln. Ich glaube der Funk kommt auch noch alles zu. Nein, ich bringe Kugeln. Nur durch die Beifelungen. Kettenkugeln. Kettenkugeln. Es reichen eigentlich 200, ich bin mir gedacht, das ist weg. So, die brauchen wir. Das Wege tut. Haben nicht. Aber jetzt müssen wir gleich... Da oben. Verkauft man alles. Hier. Ja. Äh, ja. Warte, haben wir das? Vielleicht... Oder haben wir keinen anderen gar nicht verkauft? Stimmt, das könnte auch sein. Vielleicht müssen wir erst mal aufnissen. Ja, ok. Ok, jetzt haben wir erst mal noch ein bisschen reingenommen. Hast du mal überguckt, wieviel der eigentlich? Äh, wir haben jetzt... 1.500. Naja, das lässt sich durch. Vergesst nicht, mein Freund! Der holländische Schöner ist das beste Schiff überhaupt. Wie geht denn? Das ist klar. Oh. Ja, jetzt machen wir's. Ja, denn... Ja, denn... Ich hab' die Speichern entgegen. Und... Und... Ich freu mich, dass die Folge nicht gestorben und dann hab' sogar ein Schiff eingebaut. Ja... Ja... Und ich würd' sagen... Dann würd' ich sagen... Ja... Und dann würd' ich sagen... Bis dahin. Tschüss. Wiener B.